so fun fact norview der vorne rumläuft den hatte ich vorhin im stream gehabt als ich auf ein spiel gewartet habe und der meinte meine ehemalige katze die ich jetzt noch einen twitch stream falle linkt habe als bilder sieht genauso aus wie seine und jetzt spiel ich mit ihm in der lobby drei spiele später oder so und wir sind nur zu viert weil das gern verkürzt ist von dem einen auf jeden fall sehr lustig hoffen wir mal dass er sich erreicht hat um sie aufzuhalten oh wir sind wieder fünf gott sei dank aber sie haben es defused oder ich mache es so easy ich mache es so easy Give me another one! Medic! Need a Medic! Na 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 na, just cover. C4 detonated! Objective destroyed! Destroy the Objective! C4 on the Objective! Don't let them do it! Nein, in meinem Ausfahrtszernbe! C4 on the Objective! C4 on the Objective! C4 on the Objective! Verdammt, nur einen erwischt! Damn, Nervu! You're a good player! First place? No, I mean Nervu! Warum kann ich hier nicht? Die Weiche ist unglaublich nicht überwindbar. Was ist denn das mit der Weiche da? Huh? Do the better! Yeah! We have the Objective! Do the better! Oh, please forgive my staggering unabhängig. Original extremely fast. First support on its way! First support on its way! That's the... What the... Actually fuck? Deliver the bloody objection! Land mine! Plantate! Well done,elin! The bullet's coming! We got the bullet's for you! Oh shit. ach ja sicherlich ich habe ihn natürlich nicht getroffen ich bin richtig schlecht gerade last place sind wahrscheinlich 50.000 mal gestorben und mein gott ey every time backwaves what the f**k ich komme auch auf keine gute position um da mal irgendwie play of the game nothing habe ich überhaupt jemanden erschossen wow vier leute play of the game nav you fire support incoming one of the spawn play of medic hey medic nice one thanks a lot got bullets for you shit reloading oh yes thanks bro i got it we're out air strike incoming two house right house one one under the bridge one under the bridge reloading Der strikt incoming Ok wir haben es auf jeden Fall schon mal länger gehalten Verdun Ich bin ganz sicher Oh aber nicht das problem ich bin ja wieder da wuhu we have bullets for you you are took I on the host sorry dude oh yeah beauty irgendwie bin ich der einzige der jede runde stirbt spielen wirken jetzt nicht weiter es gibt mittlerweile schon leute die reden krass sonst hat man immer nur leute die sind stumm wie ein fisch schade Spawnrape muss ich wohl noch üben. Er spielt aber seinen Unterstützer ja auch nicht schlecht. Aber einer sneakt immer durch und plantet, ne? Er spielt einen Stab in der Stab, nicht? Er spielt eine Stab in der Stab! Nice hold. Ein bisschen Werbung machen, obwohl die Leute alle schon raus sind. Immerhin positive KD, ne, würde ich nur mal sagen, aber er ist richtig, obwohl er hat gar nicht so viel, er hat viel geheilt, ne.